Es geht los, wo ist ne Weiher? Hier mit dem Rock am Weiher, da ist der Weiher. Moment. Wow, hot water music. Nett Monchi, nett. Nett, halten Fisch Nebel, halten Fisch. Der macht dich nicht nass vom Auftritt, Mann. Wie sieht das aus? Ich hab keine Wechselklamotte dabei. Fall off! Du! Oh, gotcha! Ich verheiß das mein Klaus, denn es war doch nicht aus, denn wir gehen nicht aus. Bei Leid wie mir, mit den Glauben wie mir, unter diesem Haus Wir sind sie schon in Weinen, und das geht mein Geld gut nahe Wenn sie rein, Pola von der Freude Mit Alkohol ist der Schluss, dann ist mein Ablachbarer wohl Musik 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 Das ist so krass, doch bin ich nicht so wunderbar. Was auf mich nenn ich amokrat? Verdammt den Molen am Riffat! Verdammt den Molen am Riffat! So wie es ist aber noch ein Stück, und dass wir wach ist, hab ich so lange nicht mehr. Wie von deinem Moment her, kennt ich schon schon nicht mehr. Ja! Felt sich rein! Olaf 102! Auf und da! Felt sich rein! Olaf 102! Mit Alkohol ist nur ein Schluck, weil ich weiter nicht fahren muss! Fert sich rein! Wo sind die Autofahrer? Ja! Und die Hände! Hütte sie leid, weil ich ein Anfahre und hütte sie leid Hütte sie leid, weil ich ein Anfahre und hütte sie leid Weil ich ein Anfahre und hütte sie leid Dankeschön! Hütte sie leid! Ist das alles so verschwommen? Lob von Korrekt! Ich sage, Graumale war sehr gut heute, aber echt gut Graumale war super Jan sagt ja Schalalala Der Pelzerwind War es geil? War geil, ja Einen Moment lang habe ich mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen Alle, ganze 10 Minuten Wieso dann? Ist es rumgegangen? Wie? 10 Sekunden Ich hab ja nicht sterbt Lalo Scheibe aus Scheibe aus Ja, mit euch Hallo Hi Jetzt bin ich gefilmt Auf RIPTV Oh mein Gott Auf RIPTV Die erste Erfinderung des eingesprungenen Weißen Burgers Erfinderung? Ja und zwar Was ist eine Erfinderung? Achtung Achtung Ich kann es aber nicht so gut wie Achtung Achtung Wir versuchen das noch zu machen Jan, wo soll ich denn hinfilmen? Wohin? Aufs Profil Moment Und zwar Die Rechthante und die Linkhante ein bisschen weiter oben Und jetzt hoch springen Ohne dass der Kopf höher wird Aber trotzdem sieht es aus als ein Meter Yeah! Yeah! Können wir mal das Original nochmal sehen? Original Achtung Achtung Ey, da muss ich gar nicht hoch machen bei dir Warte mal Halt 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 10,0 Halt 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 Vielen Dank.